. . . . . . Hau jetzt! Komm! 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 Hau jetzt rüber! Könnt ihr schon im Schatten noch? Die Idylle auf diesen Thurgauer Weiden könnte einen einladen, über die beschaulichen Seiten des Lebens auf dem Lande zu berichten. Über den Biobauern Markus Ramser z.B., der gerne Neues ausprobiert und von der Milchwirtschaft und vom Ackerbau lebt. Doch dieser Film erzählt, wie dieser Bauer zusammen mit seiner Frau für seine Überzeugungen einsteht und wie es ihm dabei ergeht. Begonnen hat alles vor drei Jahren, als das Bauernehepaar einen eritreischen Flüchtling zu sich holte. Tessu! Tessu! Also, Tessu, das ist dein Baum. Was? Dein Schweizer Baum. Ja. Der Bund und der Bauernverband hatten ein Integrationsprojekt lanciert und dafür Bauern gesucht. Ich hatte eigentlich immer Lehrlinge vorher. Und dann habe ich gedacht, ja, das wäre jetzt etwas für mich, weil ich weiss, ich kann auch umgehen mit solchen Leuten. Und das ganze Flüchtlingswesen hat mich natürlich auch irgendwie ein bisschen belastet. Die sind auch in diesen Gemeinden rum und stehen da rum. Und es ist doch schade, wenn die nicht eine Arbeit, eine Beschäftigung haben. Und die Leute brauchen wir auf dem Betrieb. Und dann haben wir mal gemoldet und dann hätte das geklappt. Jetzt ist noch wachsender Mond. Der Mond wächst. Und alles, was hoch wächst, ist gute Pflanzzeit. Hast du nicht gerne Steine? Ja, gut, aber so. Ja, dann nimmt er alle Nährstoffe weg. Weisst du, sonst wächst das Gras weniger. Da bin ich schon dafür gewesen, weil ich finde auch, die Menschen, die hier als Flüchtling kommen, sollen wir auch eine Chance geben, um das zu sein. Und wie gesagt, wenn sie wirklich etwas schaffen wollen, dann sollen sie auch die Möglichkeit dazu haben. Das ist schon in Ordnung. Und wie gesagt, sie sind halt nicht notwendig. Ich bin auch der Meinung, dass man sie wieder schicken soll. Weil Chancen auch immer an Erwartungen gebunden sind, besteht immer auch die Möglichkeit, dass etwas schiefgeht. Niemand weiss zu diesem Zeitpunkt, ob diese Geschichte, die so idyllisch annotet, ein gutes Ende nehmen wird. Das ist für mich in die Welt. Das ist für mich auch so im Studenten, dass es nicht mehr so ist. Das ist ein gutes Zeichen, das ist für mich in den letzten Jahren. Ich bin auch in den letzten Jahren. Ich bin in den letzten Jahren, ich bin in den letzten Jahren. Und als dieser die B-Bewilligung bekam, hat er ihn bei sich eingestellt. Er ist direkt aus der Gemeinde ins Erwerbsleben eingestiegen. Er schaut auch gut, wie die Arbeit er sieht. Das ist wichtig, wie es sein muss. Weil Tesfou gut arbeitet, hat Markus einen ehrgeizigen Plan mit ihm. Er will ihm eine richtige Ausbildung ermöglichen und hat ihn vor einem Jahr für die zweijährige Anlehrer als Landwirt angemeldet. Die Schule hat eine Ausnahme gemacht und ihn aufgenommen. Erstmal ist es ein bisschen streng, aber jetzt ist es gut. Jetzt ist es schon vorbei, ein Jahr. Ja, noch mal ein Jahr. Markus und Emmi halfen Tesfou zudem, seine Frau aus Eritrea nachzuholen. Seit drei Monaten ist nun auch Meravid in der Schweiz. Nur, das junge Paar kennt sich kaum. Wie in Eritrea üblich, wurden die beiden von ihren Eltern verheiratet. Doch das ist schon acht Jahre her. Meravid, bist du mit Marat? Nein. Carat? Carat? Das heißt Carat oder Velo. Auf die grüne Tesfou. Wie viel ist es gelaufen? Weiss gelaufen? Nicht Pichiglete. Ja. 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 Er hatte ja damals, bevor er ging, in Eritrea geheiratet. Einfach kirchlich. Sie war 14. Ich musste sie vorhin nicht heiraten. Und dann ging er auch in Eritrea. Und er hatte dann schon immer Kontakt mit ihr. So gut es ging. Denn die Verbindungen sind ja nicht immer hier. Und ja, sie musste dann ... Er musste sie nochmals offiziell heiraten. Dass sie überhaupt überhaupt in die Schweiz kommen konnte, als für den Familiennachzug. Ich bin auch nicht so überzeugt. Sie durfte ein wenig mehr. Sie durfte ein wenig mehr. Ich habe das Gefühl, er hat ... Er leidet ein wenig. Oder? Er hat halt ... Ihr kennt jetzt unsere ... ... Situation hier in der Schweiz schon. Und ... Da kann er jetzt nicht eins zu eins gerade umsetzen, damit sie das auch mitmachen. Aber ich glaube, das kommt schon gut. Aber sie ist hart für ihn. Man merkt das auch mal, oder? Weil sie will noch nicht alles, was er will. Immer die, die frisch kommen, die haben halt grausam Mühe am Anfang. Nicht nur für Tesfo und Meravit ist alles neu. Auch Markus und Emmi Ramsar ahnen nicht, auf welches Abenteuer sie sich eingelassen haben. Sie haben Meravit sehr offen in ihrer Familie aufgenommen. Die eigenen vier Kinder sind erwachsen. Nur die behinderte Tochter Susanne lebt noch zu Hause. Die obersten ... ... 16 Reier Herdöpfel. Die haben es verdammt trocken. Die obersten. Unendran ist noch gut. Wo? Ein Bällchen? Ja, ja. Ganz drauf. Aber nicht hoch, hat er keinen Regen? Eben. Noch mal eine Woche. Nein, er hat keine Weiche heißen. Morgen ist der Klax, ich habe nicht mehr zurückgekommen. Aber jetzt fangen sie an. Ja, hier kommen wir. Das künstliche. Markus ist 68. Einer seiner Söhne wird den Hof übernehmen. Bis es soweit ist, möchte er Tesfo als Hauptarbeitskraft nachziehen und selbst ein bisschen kürzer treten. Komisch, du auch. Tesfo ist römisch-katholisch. wie die Hälfte der eritreischen Flüchtlinge in der Schweiz. Früh verlor er seine Mutter, wuchs mit seiner Schwester und seinem Vater auf. Seine Geschichte gleicht der vieler Landsleute. Militärdienst, Flucht nach Libyen, Betrug durch Schlepper, Inhaftierung in libyschen Gefängnissen. Bis er von seiner Schwester, die es vor ihm in die Schweiz geschafft hatte, nachgeholt wurde. Es sind zwei Welten, die auf diesem Bauernhof aufeinandertreffen. Unterschiedlicher könnten Tesfoe und Markus nicht sein. Warten! Und doch haben sie sich gefunden. Ich habe wirklich das Vertrauen, aber wir mussten es auch geben. Es ist ja gegenseitig. Emy nimmt Meravit unter ihre Fittiche, um sie mit dem Leben in der Schweiz ein bisschen vertraut zu machen. Und dann haben sie ein weiteres Haus auf ihrem Grundstück. Ramsas haben ein weiteres Haus auf ihrem Grundstück. Dort haben sie das junge Paar in einer Dreizimmerwohnung untergebracht. Emy hat für Meravit gleich daneben ein Fleckchen Erde für einen eigenen Garten vorbereitet. Du weisst wie. scenen drauf. Wart mal. Meravit? Meravit? So. Du musst schön gerade. Meravit? Meravit? Nicht so. Schön gerade. Sie macht es gut. Sie kommt allmässig. Sie wird offener, hat auch mehr Interesse, auch wenn sie kochen kommt. Sie kommt schon zum Busch aus. Das ist natürlich etwas anderes für sie hier in der Schweiz. Eine andere Kultur, ein anderes Leben. Aber man muss sie einfach zu ihrem Schneckenhäuschen holen. Tesfu, komm! Du musst uns was zeigen. Und hier. Und hier. Also sie muss hier setzen. Hier. Und hier. Ja, und wo sollen wir? Wir haben ja so viel. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Auch für Tesfu hat sich mit Merawits Ankunft viel verändert. Ja, du bist nicht. Vorher verbrachte er seine ganze Freizeit mit Freunden aus der römisch-katholischen Kirchgemeinde in St. Gallen. Vor der Woche hat er gesagt, auch am Samstag noch auf den Zug. Nein, er müsse wieder mal fort, er müsse wieder mal seine Ruhe haben. Und dann ist sie dann Samstag, Sonntag halt alleine da. Was ich dann nicht so begreifen kann. Und jetzt dieser Wochenende ist sie jetzt eben mit. Er ist Fussballspieler, Volleyballspieler. Er ist immer zuschauen. Und vielleicht hat er gesagt, geht sie dann auch mal in Volleyball. Bei St. Gallen haben sie eine Gruppe Eritreer, die das spielt. Aber es kommt. Markus baut auf 32 Hektaren Gemüse an. Es ist Frühling. Die Kartoffeln müssen ausgesät werden. Wenn viel zu tun ist, hilft Markus' jüngster Sohn mit. Und natürlich auch Tochter Susanne. Und weil Markus die Integration von Flüchtlingen ein Anliegen ist, beschäftigt er nun für die kurzen Einsätze nicht mehr Osteuropäer, sondern ausschliesslich Eritreer. Die 31-jährige Rawa wohnt zusammen mit sechs anderen Flüchtlingen im Asylheim der Nachbargemeinde Müllheim. Sonst hatten wir immer Leute, oder? Aber jetzt haben wir es einfach mal versucht. Es war auch eine Herausforderung, mal mit den fremden Leuten zu arbeiten, oder? Aber es ist voll und ganz aufgegangen. Vor allem ist es schön, wenn man sieht, wie Freude es hat. Die Leute machen eben alles. Alle Arbeiten, die unsere Schweizer nicht mehr so gern machen. Rawa ist seit vier Jahren in der Schweiz. Sie hat immer noch den Status F als vorläufig Aufgenommene. Doch seit 2017 dürfen auch diese Leute arbeiten. Sie sucht zehn, nicht so ein gutes Halbjahr. Aber ich wollte ihr schon zuweisen, weil ich weiss, dass sie gut ist. Und es ist so schwierig, dass die Leute sie nehmen. Gut machst du das, Susanne. Gut machst du es. Hast du es nicht gesehen? Hast du es nicht gesehen? Was? Ich muss rufen. Hoi. Schon lange leer war es. Wie viele Kartoffeln hat man mit zwei, wenn zwei oben sind? Immer nur eine? Oder zwei? Nein, nein. Hä? Nur eine. Meistens eine. Nur eine? Ja. Wo sind wir? Nur eine besser, ja? Wenn es zwei sind, musst du sagen, schneller fahren. Aha. Dann macht es so, weisst du, die Maschine. Aha. Dann geht sie weg. Weil auch Rava ihre Sache gut macht, hat Markus beschlossen, sie fest anzustellen. Obwohl er damit das Risiko eingeht, sie bald wieder zu verlieren. Wenn jetzt hier gute Verhältnisse auf das Mal herrschen, dann sind sie natürlich auch die Ersten, die zurück müssen. Aber wenn sie arbeiten, werden sie hier nicht gleich fortgeschickt. Markus stellt sich vor, dass Rava hier bei Tesfo und Meravid im oberen Stock wohnen könnte. So würden sich die beiden Frauen gegenseitig unterstützen. Es ist einfach schöner, die Beziehung, das Leben dann, oder? Wenn man die Leute bei einem hat. Und das Vertrauen und alles. Es ist einfach ein anderes Verhältnis. Dann kannst du das Thema haben. Ja. Weil ihr habt schon ein Bett und ein Schrank gehört auch von uns. Und Bett auch. Dann kannst du das. Und du hast hier ein Zimmer. Okay. Okay. Wenn du bei Papa arbeiten willst, hast du hier ein Zimmer. Okay. Okay. Alles gut. Kannst du führen? Ja, okay. Wenn Rava Arbeit hätte und Geld verdienen würde, fiele sie dem Staat nicht mehr zur Last. Markus ärgert sich, dass man den Flüchtlingen in der Schweiz wenig Anreiz zum Arbeiten gebe. Die, die arbeiten wollen, sollen wir doch einsetzen. Und zwar so schnell wie möglich. Mit diesen Geldern stört mich, wenn sie zu viel bekommen, ohne dass sie etwas leisten müssen. Die Arbeit haben wir. Die steht zur Verfügung. Und wenn wir ihnen das nicht geben, dann sind wir selber die Schuld. Dann müssen wir dann für diese arbeiten, für die Sozialleistungen, die sie bekommen. Also müssen wir uns bewusst sein. Okay, oder? Tesfo bekommt von Markus 3'500 Fr. im Monat, abzüglich Kost und Logis. Das ist ein voller Lohn, obwohl Tesfo noch in der Leere ist. Das ist nicht kalt, viel kalt. Hier ist auch Frost, siehst du. Das ist nicht ausgebildet, fertig. Ja. Die Spitze ist verfroren. Hier fehlen eins, zwei, drei. Drei Kerne fehlen. Das wirkt sich am Schluss auf den Ertrag aus. Er ist ja Lehrling, oder? Also Auszubildender. Und dem muss man ihm halt die Sache auch beibringen. Weil das, was Sie in der Schule kennen oder lehren, geht es so schnell, dann müssen wir eigentlich in der Zwischenzeit denen immer wieder sagen, und dass er sich absetzen kann, oder? Und ja, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Wenn ja ... Wenn ich etwas nicht verstanden habe, kann ich schreiben auf die Papier, dann kann ich dem Papa erklären. Ja, das ist unsere Aufgabe. Ja, Aufgabe, ja. Ja, aber das geht schon. Ja, ja. Mhm. Ja, Deutsch muss er schon gewaltig zulegen. Aber das ist ihm jetzt halt entgangen. Vielleicht kann ich ihm das ein wenig wegnehmen, oder? Weil er jetzt gerade einen 100-Prozent-Job hatte, konnte er dann nicht in die Schule gehen. Er ist einfach einen halben Tag in der Woche gegangen, aber das ist einfach kein Intensivkurs, das ist zu wenig. Sie gefällt mir. Ja. Ja. Ich weiss nicht, da müssen wir ein Buch schauen, was List ist. Gell? Kannst du ein Buch schauen? L ... L-I-S-T. List. List. Das ist ein Wort, das du nicht kennst. Gell? Ja. Ja, okay. Diese Pflanzen sind zu bestimmen, sie gehören zur Prüfung. Also pro Schüler gibt es acht Pflanzen zu bestimmen. Einen Tag pro Woche besucht Tesfu mit Bauernlehrlingen aus der Region die Schule. Die Prüfungen sind schwierig für ihn, weil er oft gar nicht versteht, was gefragt ist. Ja. 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 Das ist etwas runder. Also die ... Junge. Junge. Die sind oft runder. Das wäre nicht ... Ich muss sagen, ich habe mehr erwartet im Lernen zu verstehen. Die Hauptschwierigkeit ist schon bei der Sprache. Er kann gut lesen, aber das Verstehen schriftlich und mündlich, dort sind, glaube ich, die grössten Probleme. Diese individuelle Betreuung kann ich nicht bieten in einer Klasse mit zwölf Schülern. Herr Adlannom, bis wir hier abbrechen, gehen Sie an Ihren Platz. Und da kommt Herr Giger. Ja. Auf dem Hof wächst's und gedeiht's. Nur der Plan mit Rava geht nicht auf. Nachdem Markus mit ihr einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hatte, erfuhr er, dass sie schwanger ist. Dann haben wir natürlich auch ein bisschen gestutzt. Der Termin ist auf den Oktober. Das ist eine sehr ungünstige Zeit für uns. Dann haben wir gesagt, da können wir nicht eingehen. Wir sind ein bisschen übergegangen worden. Mit dem Vater des Kindes will Rava nichts zu tun haben. Ramsas möchten helfen und sind bereit, sie arbeiten zu lassen, solange sie kann. Das muss jedoch mit der Gemeinde abgesprochen sein. Denn Rava ist nach wie vor nur vorläufig aufgenommen. Sozialvorsteherin Charlotte Hungerbühler kommt zum Gespräch. Einige Variante wäre, dass sie jetzt ganz da hochkommt. So der Teil. Der gibt dann auch einen gemeinsamen Wechsel. Oder dann halt einfach so, wie sie gesagt haben, dann müssen wir dann noch mal schauen, wie sie sich das vorstellt. Sie haben gesagt, sie hätten allenfalls etwas, um das sie jetzt schon arbeiten kann. Und nachher wieder auf Mülheim zurückkommt. Markus möchte, dass Rava auf dem Hof wohnen und nach der Geburt weiterarbeiten kann. Aber die Kosten für den Mutterschaftsurlaub, findet er, die müsste schon die Gemeinde übernehmen. Wie sind denn ihr eingestellt, wenn sie jetzt hierher nach Hause wohnen kann? Sie hat einfach ihren Betrag, den sie bekommt, also respektive Gemeinde hat einen Pauschalbetrag, den wir bekommen, und mit dem müssen wir das alles finanzieren. Wie viel ist die? Wie hoch ist die jetzt? Moment noch. Sie kommt ausgezahlt, kommt sie ihr Taggeld pro Woche, und alles andere wird für die Wohnung, für die Miete, für die Krankenkasse, für die Zahlungen für die Schule usw. wird das dann auch aufgebracht. Und das geht relativ schnell ebenerdig auf. Da haben wir nicht viel Fahre. Von dort her ist es wirklich gemeint, zu überlegen, wie wir das wirklich gut in Hand haben können. Weil sonst zahlen wir eine Herausforderung. Und wie hoch ist der Betrag? 41 Franken, plus minus. Pro Tag? Pro Tag. Das ist einfach so. Das zahlt auch der Bund? Der Bund zahlt auch, oder? Ja. Der Bund zahlt auch auf den Kanton, und der Kanton verteilt es. Das ist so. Aber nicht Gemeinde Mülheim, oder? Das, was man mehr braucht, natürlich gemeint. Das ist so Detail. Und da denke ich, das sind wieder Steuergelder, die man einfach auch anschauen muss. Das ist so Detail. Ja, das ist so. Darum wollen wir ja die Leute beschäftigen. Im Augenblick bekommt Rava 77 Fr. pro Woche. Wenn sie Arbeit hätte, könnte sie ihr Zimmer und die Krankenkasse selbst bezahlen. Nur für den Mutterschaftsurlaub müsste die Gemeinde aufkommen. Die Sozialvorsteherin verspricht zwar, sich um die Angelegenheit zu kümmern. Doch Markus ist ernüchtert, dass sein Angebot auf so wenig Begeisterung stösst. Wenn sie es von ihrem Sack zahlen müssten, die Käse hinlegen, würden sie anders reagieren. Sie hat ja gesagt, das sei kein Gewinn für sie. Oder? Ja, ist doch ein Gewinn. Ja, da komme ich nicht nach. Aber die ... Ja, die haben einfach ... Der Lohn kommt einfach für sie. Nicht nur die Gemeinde, auch Markus muss rechnen. Viele Bauern in der Schweiz geben auf. Er arbeitet immer noch 14 Std. pro Tag. Und es wären noch mehr, wenn er Tesfu nicht hätte. Zudem arbeitet er gerne mit ihm. Er fährt ja super mit diesen Maschinen. Prioritäten kann er noch nicht so setzen. Ja, wir sind natürlich etwas verrückt, was wir machen. Wir machen viel zu viel. Wir können noch von ihnen lernen, die das Miteinander und das, was sie haben, machen, oder? Dann ... Zufriedenheit, oder? Das wäre eigentlich schon das Wichtigste. Und wir machen einfach ... ... was muss sein, oder? Wir leben zu viel. In der Regel zu viel. Aber wir sind jetzt einfach ... Wir sind jetzt einfach in das hinein. Und wir leben damit. Ich bin. Musik Drei Wochen später. Es ist Juni. Musik Musik Von Rava weit und breit keine Spur. Es wäre eigentlich vorgesehen, dass Rava das auch machen könnte. Dass ich in dieser Zeit etwas entlastet bin, wäre wichtig gewesen. Von der Gemeinde hat Markus Ramsan nichts mehr gehört. Ich glaube, es sieht gar nicht aus, dass sie überhaupt anfangen kann. So wie im Moment. Die Zeit läuft ja gegen sie. Ja, es ist ... ... nicht ganz das, was man sich gewünscht hat. Alle würden gewinnen, alle. Nur die Gemeinde Mülheim nicht. Es geht um ihr Zimmer, das sie in Mülheim hat. Das darf sie eigentlich nicht aufgeben. Würde Rava dieses Zimmer aufgeben, würde der Bund nichts mehr bezahlen. Und das wolle die Gemeinde offenbar nicht. Ramsa hat einen Verdacht. Es sieht so aus, dass die Gemeinde an diesen Leuten Geld verdienen. Aber wenn sie klemmen, dann zahlt halt der Bund jetzt. Und wir als Steuerzahler. Da kann sie schon sagen, sie hat ja an der Sitzung gesagt, da müsst ihr dem Steuerzahler beibringen. Aber das, was sie jetzt macht, ist ja viel minder. Wie befürchtet, sieht die Gemeinde keine Lösung für Markus' Anliegen. Aus dem Plan für Rava wird nichts. Sie muss in Mülheim bleiben. Emy macht derweil weiter mit ihrem Integrationsprogramm für Tesfussfrau Meravid. Also. Das heißt? Ein, 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 ein. Löffel. Löffel. Gabel. Genau. Heißt du das? Eine Pfanne. Pfanne? Pfanne, ja. Bebroni reinmachen, auch ein bisschen andämpfen. Ja. Alles rein. Ja, sie macht das gut. Und v.a. ist sie sehr aufnahmefähig. Du siehst, sie zwiebeln ist nichts, es geht bei ihr zack, zack. Sie macht das besser als sie. Und wenn sie etwas gemacht hat, dann bleibt sie wirklich gänzig. Sie macht es dann eigentlich schon selbst. Ich bin ja so erstaunt, dass sie so aufnahmefähig ist. Nicht alle sind gleichermassen begeistert, dass sich Markus und Emmi für Eritrea engagieren. Ihre beiden Söhne z.B. finden es nicht so toll. Also der Sohn, der sich hier enthält. Der ist ... ... halt nicht für so etwas zu haben. Die haben einfach das Gefühl, die Menschen gehören nicht hierher. Die sollen dort bleiben, wo sie sind. Wir lassen ihnen ihre Meinung und sie müssen uns ... ... das haben. Das ist unsere Sache. Das geht ja nicht so eigentlich. Klar, es ist schade, man könnte es auch miteinander ... Aber nein, das geht nicht. Markus ist noch eher so klein. Ja, er kommt noch eher, weil er hat ja ... ... so sämtliche Schönen rauf, wenn man so Leute hat. Markus Junior ist auch der Einzige, der sich äussert. Er betreibt gleich neben dem elterlichen Hof eine Hühnerfarm. So schlecht, wie seine Mutter vermutet, denkt er über das Integrationsprojekt gar nicht. Äh ... Grundsätzlich ist das eine gute Sache. Wir können das auch unterstützen von anderen, oder es wird auch von anderen Berufsverbänden unterstützt. Grundsätzlich ist das gut. Vielleicht muss man bei der Auswahl dieser Leute sehr vorsichtig sein. Es wird wahrscheinlich nicht mit allen Nationalitäten gehen. Oder es braucht einfach noch mehr Geduld. Und diese Zeit haben die meisten Betriebe halt nicht. Er selbst arbeitet seit Jahren mit polnischen Arbeitskräften. Das sind eigentlich bewährte Leute von dort. Viele kommen auch von der Landwirtschaft. Und früher ist es halt so gewesen, die, die hierher gekommen sind, wenn sie dann wieder zu Hause sind, und ich wieder einen gebraucht haben, haben wir die wirklich irgendwo irgendwo einen Kollegen oder einfach jemandem Gutes vermittelt. Äh ... Bei meinem Vater sind jetzt die Eritreer auf meinen Betrieb gekommen. Ich hatte das erste Mal Kontakt mit denen. Vorher waren die nicht verfügbar, auch zum Arbeiten nicht. Wir hätten sie nicht einfach holen und fragen können, ob sie arbeiten können. Selbst im Projekt mitmachen würde er wohl eher nicht. Vielleicht nur, wenn alles Eritreer wird oder Afrikaner vielleicht schon. Was ich hier auch merke, ist mit meinen Polen, wenn Afrikaner hier arbeiten, dann ist die schwarze Hautfarbe und das ist sofort fast ein No-Go bei ihnen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Da muss man immer ein bisschen sagen, du, auch ein bisschen Rassismus-Problem. Man muss immer ein bisschen Vordermann sein, dass da nicht ein Konflikt entsteht. Weil man sieht, dass ... Die Osteu-Präer sind in der Asylpolitik ganz anders eingestellt. Die kennen das nicht und die wollen das nicht. Das merkt man einfach. Die Haltung und die Haltung bringen es auch da hin. Markus findet es mit den Polen einfacher. Er ahnt aber schon, warum sein Vater es jetzt mit Eritreern probiert. Es war vielleicht auch ein bisschen eine Herausforderung für ihn. Er hat eine neue ... Eine neue Lebensabschnitt. Jetzt hat er vielleicht noch etwas gebraucht, was er noch etwas raustoben kann. Einfach noch eine neue Herausforderung. Es ist aber nicht nur die Herausforderung, die Markus motiviert. Er fühlt sich auch verpflichtet. Ich denke, die Bauern kommen so viel über von der Volkswirtschaft, dass sie auch etwas leisten dürfen. Das ist vielleicht für die einen etwas zynisch, die da nicht gern hören. Aber ich meine, für die Integration gibt es nichts Besseres. Zudem macht es mit Tesfo auch mehr Spass. Die Kartoffelfelder müssen von Unkraut befreit werden. Ohne Chemie. Das braucht Manpower. Hier. Der hat überall. Da ist noch eine. Siehst du, hier ist wieder ... Was ist das? Kamerat. Melde? Auch melde, ja. Sorry. Es kommen immer wieder. Alle haben wir nicht gefunden, aber Beikräuter müssen sein. Wir können es immer zu zweit machen. Wir müssen einfach mehr machen. Das ist so, oder? Wir hätten auch jetzt ... Ich meine, wenn ich auf die normale Arbeitszeit ging, meine, dann brauche ich einen vollen Mann. Das ist so, oder? Markus kann immer noch nicht reduzieren. Im Gegenteil. Auch am Morgen ist er der Erste im Stall. Er hat halt Arbeitszeiten. Sonst kommt er auf zu viele Stunden, wenn er so früh anfängt wie ich. Und die Zabel, die wirzen auch wieder. Sibli, bis wir fertig sind. Und die Daktur in der Zwischenzeit freigeben, das liegt bei uns nicht rein. Und dann muss ich halt morgen herheben. Das ist mir auch gleich. Wir sind uns nicht gewöhnt an das. jeder macht sein Ding. Markus und Tesfu haben eine Beziehung aufgebaut, die nicht vieler Worte bedarf. Kannst du noch die Gurke geben? Hast du? Jetzt oder nachher? Ja, jetzt. Ja? Schnell. Wenn du gerade hier bist. Ganz ruhig, wie du hier wachst. Da macht er gerne, auch um morgens heisst, er geht gerne ins Bett, hier in Schemsis, und dann geht er ein bisschen krebeln, ein bisschen reden mit den Pflanzen, und die wachsen ja, die sind ja ganz verrückt, aber da vergisst er sich dann gerne ein bisschen, da ist er halt dann zu Hause, oder? Wenn du selber brauchst für dich, dann musst du dann... Hä? Du hast ihn noch? Eben, den kannst du schon geben, dann ist mir ein bisschen glücklich. Die Idylle scheint perfekt. Doch bei Tesfu zu Hause bahnen sich Veränderungen an. Rava ist zu Besuch. Sie ist im fünften Monat schwanger. Und sie ist offenbar nicht die einzige. Zur grossen Überraschung aller erwartet auch Meravid ein Kind. Auch sie ist im fünften Monat, hat es aber lange verheimlicht. Konkrete Vorstellungen, wie das Leben mit einem Kind wird, hat sie nicht. Auch Tesfu scheint es zu nehmen, wie es kommt. Meravid muss kurz nach ihrer Ankunft schwanger geworden sein. Markus und Emi lassen sich ihre Überraschung nicht anmerken. Musst du dir den Garten zeigen? Ja. Rava wird den Garten sehen. 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 Sie wird, glaube ich, eher klar mit dem wieder der Tesfu in dieser Schwangerschaft. Das ist für ihn zuerst ein bisschen überraschend einfach. Aber er wird sich da auch wieder reinschicken. Oder man muss das Beste machen daraus und ihr halt auch noch wieder helfen. Dass sie da nicht einfach so ... ... dahin ... Ja, eben, sie ... Man muss halt ein bisschen raus und etwas unternehmen. Und wenn man halt das Gefühl hat, weil es nicht einfach eine Schwangerschaft ist, vielleicht eine Krankheit, das ist halt nicht so da. Ernüchterung macht sich breit. Emi hat wenig Verständnis für Meravids Passivität. Also, jetzt muss ich sagen, über das, was sie jetzt hier einfach gefunden hat, sie will nichts mehr machen. Im Garten, sie will nicht raus. Und dann sage ich einfach ... Irgendwann sage ich dann vielleicht auch einfach nur noch nein. Weil ich meine, sie können zu mir kommen und sagen, du, Mama, du hast mich auf den Bahnhof runter, du, Mama ... Ich will die Posten gehen. Ja, du machst alles. Und ... Ja, wie ist es eigentlich, wenn ich einfach mal einfach auch sage, nein? Weiss denn Tesfo wenigstens, wie es Meravid geht und was sie beschäftigt? Sie sagt nicht ... nicht gut oder so. Sie sagt nicht, aber ... Ja, aber sie ... ja ... Scholala, hat sie gesagt. Offensichtlich ist jedoch, dass sie Gartenarbeit nicht mag. Was würde sie denn lieber tun, fragt sie Tesfo. Es ist Sommer. Markus und Tesfo jäten in den Randen. Für ein Schwätzchen reicht es immer. Hast du gesehen, jetzt ist die Krautfäule? Gut, ja. Ja, nicht gut. Das ist schon gut, macht nichts. Jetzt muss es weg. Jetzt ist Zeit. Wann beginnen die Ernte? Nächste Woche? Vielleicht, ja. Immer noch sind sie zu zweit. Doch das wird nicht mehr reichen, wenn die Ernte beginnt. Ja, ja. Jetzt brauche ich die Leute, oder? Jetzt brauche ich die Leute. Ich muss Markus nicht mehr von seinem Betrieb holen. Und er hat wieder einen Eritreer gefunden. Wieder einen aus dem Asylheim in Müllheim. Mit der Sozialvorsteherin dort wolle er aber lieber nichts mehr zu tun haben. Ich habe gesagt, ich mache mit dem Kanton nicht mehr. Da gehe ich nicht gut diskutieren. Dann fangen wir wieder im 1. Mai an. Dann sind die drei Monate. Dann ist Winter, dann brauche ich auch keinen mehr. Seit der Sache mit Rava ist das Verhältnis zur Gemeinde Mülheim getrübt. Markus hat einen Termin beim Gemeindepräsidenten. Ein Gespräch soll Klarheit schaffen. Der Gemeindepräsident ist natürlich eine Person, die mir ... ... recht überlegen ist. Von der Bildung her. Und er wird sich schon rechtfertigen. Der Gemeindepräsident will mit Markus alleine reden und keine Stellung nehmen. Eine Stunde dauert das Gespräch. Wir haben den Kopf nicht ausgerissen. Es war eigentlich ein gutes Gespräch. Aber es geht nur schriftlich mit der Gemeinde Mülheim. Man muss einfach das schriftlich festhalten, einen Antrag stellen und wie es so muss laufen. Mündlich ist es schwierig. So unbürokratisch, wie Markus sich das vorgestellt hat, geht es mit dieser Gemeinde definitiv nicht. Markus kämpft an vielen Fronten. Auch Meravits Passivität will er nicht einfach hinnehmen. Er hat sie überredet, ihm die Haare zu schneiden. Das ist auch gut, wie sie das macht. Dann muss ich meinen Coiffeur ... Ich gehe ja auch immer zu einer Frau. Zum Coiffeur. Dann muss ich ihr zeigen, ob ich hier einen anderen Coiffeur gefunden hätte. Ich bin sehr glücklich. Ja, aber … Zou viel weg, go! Gute! Ja, aber … Gute! Zouch! Da gibt es viele weg! Ich empfehle ihn weg. Ich empfehle ihn weg. Während Markus versucht und versucht, gibt Emmi langsam auf. Auf MeraVit zählt sie nicht mehr. Nach einem halben Jahr hat sie ihr Integrationsprogramm auf Eis gelegt. Für mich ist es eine Enttäuschung, dass sie nicht mehr selber Motivation und Interesse zeigen. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt machen, was ich mit ihr will. Das Interesse ist einfach nicht da. Und so habe ich gedacht, ich lasse sie einfach malen. Ich bemühe mich nicht mehr gross um sie, weil es einfach nichts bringt. Auf die Erntezeit hin darf Markus nun den Eritreer aus dem Asylheim in Mülheim zu 60 % anstellen. Der Kanton hat grünes Licht gegeben. Hier hatte ich sowieso im Visier, den dann in den Betrieb, nebst dem Rabat. Aber er hatte das Bein noch nicht. Jetzt haben sie gesagt, er könne mit den Mann arbeiten. Und jetzt haben sie halt angestellt. Markus hält schon fast störrisch an seinem Integrationsplan für die Eritreer fest. Auch wenn ihm die neue Anstellung wieder gehörig Papierkram beschert. Eben den Vertrag machen und die Ausländerbewilligung reinholen. Und dann ... Wie heisst das da? Vielleicht habe ich noch eines nicht sicher. Und dann was mit den Versicherungen und ... Ja, dann muss halt alles klappen, oder? Erneut hatte er den Eindruck, dass die Gemeinde Mülheim sein Engagement für die Flüchtlinge nicht unterstützt. Immer die von der Gemeinde ... Das sind die, die dagegen sind. Dass sie arbeiten dürfen. Und dass sie bei Privaten dürfen sein. Sie haben immer das Gefühl, die machen zu viel. Man sollte den Verleih dranhängen, dass sie selber gehen. Da wollen sie. Dass sie wieder Rückzug machen. Aber von denen, die da sind, macht da keiner einen Rückzug. Freiwillig. Da geht da keiner. Da geht keiner in das Land zurück. Die wissen, wie Hundsmisrabel, dass sie die Hände töten. Es ist Herbst geworden. Vor zwei Wochen hat Robi angefangen. Robi, da komm. Hast du noch nichts? Ja. Der 35-Jährige ist seit 2015 in der Schweiz, ist aber nicht mal vorläufig aufgenommen. Möchten wir es noch mal ausleihen? Er hat den schlechtesten Status N und wartet auf seinen Asylentscheid. Der Rest finden die Tiere schon noch. Kannst du da reinleeren. Hast du gerne Schnaps? Ja. Gerne? Ja. Aber nicht viel. Nicht viel. Kopfschmerzen. Ja, viel Kopfschmerzen. Viel. Viel Trinken und Kopfschmerzen. Ja, ja, dann, ja. Kümmer. Auf der Aktor. Hast du fahren? Willst du fahren? Ja. Wieder geht das Integrationsprogramm von vorn los. 2 m hoch. Schau, rau, rau, rau. Schön rechts fahren, gell? Nicht in die Mitte. Markus ist froh, hat er seine Leute zusammen. Gell, Susanne? Guten Morgen müssen wir schauen. Guten Morgen haben wir gemeint sich da. Der hat doch noch aufdrehen. Ich sehe gar nicht. Ich habe auch noch auf dem Fall geguckt. Das kann auch noch aufdrehen. Hallo geht's. Das Herz ist aber gut. Bei der Kartoffelernte braucht es jede Hand. Ich kann noch etwas Gas geben. Ich gebe nicht zu viel Gas. Emy ist begeistert von Robby. Ja, der macht das super. Der ist so flink. Da mag ich nicht noch was. Er ist auch flink. Er macht das sehr. Er ist ein herziger Richtiges. Er sieht immer. Er macht immer ... Aber auch mit ihm gibt es schon wieder Probleme. Als er kam, brachte er gerade ein Papier mit, von der Entscheide von Bern. Und der ist negativ. Und dann hat sich da auch Sexten eingesetzt für ihn. Mhm. Und die schauen jetzt weiter, und schauen, dass er den Rekurs schreibt. Er hat jetzt einfach bis am 20. ... ... 20. Oktober. Oktober, ja. Und ich denke, mit dem Rekurs geht es jetzt länger. Also, ich behalte ihn mal, solange es geht. Wir schauen, wir hoffen dafür, dass er ... ... etwas nützt, wenn er den Rekurs macht. Es wäre schön, wenn er bleiben könnte. Ich sage immer, es gibt genug andere, die man eigentlich rauszuschicken kann. Aber so eine wie Näh. So eine kann man in der Schweiz brauchen. Ich bin davon. Während der Ernte hilft immer auch Tesfus Schwester Okwa mit ihrem Mann und ihren Kindern mit. Sie sind gerne hier. Denn was auf dem Feld liegen bleibt, dürfen sie behalten. Alle übernachten bei Tesfu. Meravid ist mittlerweile im 8. Monat schwanger und hält sich v.a. in der Wohnung auf. Hast du schon Deutsch gelernt? Deutsch? Sprechen? Nein. Das ist Mariela. Das ist Mariela. Das ist Mariela. Hallo? Ja. Das ist gut. Das ist gut. Es ist gut. Tesfu muss noch lernen. Man muss etwas schreiben, zum Beispiel, wenn man die Karte voll erntet, muss man schreiben, nachher aufdrucken und nach der Schule bringen. Kommst du gut nach in der Schule, stellst du gut nach in der Schule? Nein, es ist besser. Also besser ist das Auto, aber jetzt ist es kein Problem. In der Schweiz ist es auch kein Problem. Ende Herbst. Die Weide muss umgezäunt werden. Ich probiere. Warte mal, warte. Nein, nein, nein. Lassen. So, jetzt. Jetzt diese halten. Ja, genau. Diese halten. Oder vielleicht. Die Beschwerden, die er gemacht hat, wurden gut geheissen. Und jetzt geht es an die Vorinstanz, an Sam, zurück, der seine Situation nochmals behandeln muss. Für mich ist es einfach diese Arbeit. So heran zu Hause, gut, Baba. Ja. Zuschlagen. Robby gefällt es. Tesfo hingegen fehlt. Er ist anderweitig beschäftigt. Seine Tochter Salem ist zur Welt gekommen. Jetzt schon zwei Wochen. Sie war eine Woche im Spital Frauenfeld. Nichts. Herst Spital Frauen kommen? Hei-hei. Fest, Freude? Und glücklich. Ich hab es hier mal gelacht. Ja. Bis hinauf ins Haupthaus, zu Emmi, hat es MeraVit allerdings noch nicht geschafft. Diese ist einmal mehr enttäuscht und ein bisschen ratlos. Mit dem Haus ausgehen, man bringt sie wirklich nicht raus. Ich habe sie hinter ihre Schwester gesteckt, dass sie ihr das sagt, dass das wichtig ist. Jetzt hatten wir wirklich auch schönes Wetter und sie geht nicht raus, sie hat auch die Rollläder nie hier oben. Also, die Eritrea ist das so. Sie gehen am 12. Tag mit den Neugeborenen noch mal raus, um quasi einen Vitaminschub zu holen. Und nachher gehen sie eigentlich wieder nicht mehr raus, bis sie 30 Tage alt ist. Also, v.a. Trauen sind einfach schon ein bisschen schwierig. Sie wollen die Integration, sie wollen es einfach so haben, wie es bei ihnen war. Und das finde ich auch schade. So, wir wollen noch ein bisschen warten, wissen wir, was los ist. Heftig, schnell ins Futter. Auch Markus ist nicht zufrieden. Durch die neue Situation wird der Kulturunterschied auch bei TESVO mit einem Mal ziemlich deutlich. Ja, die Arbeitsleistung ist ein bisschen zurückhaltend, weil er sich jetzt ziemlich stark beschäftigen muss mit seiner Familie. Jetzt mit der Geburt ist noch mal dazukommen, jetzt ist noch mal eines mehr. Und jetzt sind wir halt gerade noch in den Herbstarbeiten und für mich natürlich nicht gerade unbedingt optimal. Nicht so optimal ist auch TESVOs Tempo, was die Lehre angeht. Der neue Weizen muss ausgesät werden. Noch ein Drittel dazu. Ein Drittel. Gut. Jetzt ist es halbe. Bis zu seinem Lehrabschluss bleibt nur noch ein knappes halbes Jahr. 1,3. 1,3. 1,3. Du musst doch aufmachen. Noch mal. Ja, boah. Wir machen 1,70. Ja, ja. Ja, du musst entscheiden. Ja. Das muss er ja eben können. Das muss er ja können, wenn er dann Prüfung macht. Dann muss er das beherrschen. Wenn TESVO seine Prioritäten nicht bald anders setzt, drohen er und damit auch Markus ehrgeiziges Projekt zu scheitern. Viel Plastik an der Maschine, oder? Ja. Ja. 1,9. Ja, jetzt ist gut. Ja? Jetzt ist gut. Bin ich zufrieden? Nein. Du auch? Bist du auch zufrieden? Jetzt? Ja. 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 Muss, oder? 1,8. Wirst du da? Ja, nein. 1,9 ist gut. 1,8. 1,9. Ist gut. Der erste Schnee. Da bleibt auch mal Zeit für ein bisschen Schweizer Tradition. Du. Nachher so abziehen. Und nachher einpacken. Ja? Ja. 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 250 g. Ja? Jawohl. Wenn du Mikro gehst, auch 250 g. Ja? Ja. Ein bisschen gut. Aber ich bin nicht Käsemeister, weisst du? Ich bin Bauer. Nach dreiviertel Jahren ist klar. Vieles ist anders herausgekommen, als Markus sich das vorgestellt hatte. Super wäre es natürlich, wenn jetzt Rava da wäre. Gott, ich mag es dem Robi auch tun, dass er eine Arbeitsstelle hat und sich so einschaffen kann. Aber mit der Rava zusammen und sie würde es jetzt auf dem Hof besser funktionieren, weil sie miteinander ergänzen könnten. Mit dem Schauen der Kinder. Dann hätte ich das auch ein bisschen mehr auf dem Betrieb. Und trotzdem. Markus ist überzeugt, dass ein Kulturaustausch wie dieser nicht nur den Flüchtlingen, sondern auch den Bauern etwas bringen würde. Jeden Betrieb hinein und auf den schauen, dann kommen wir schon ein bisschen daran her. Das ist ja so das, was ich als Vision empfehlen könnte. Einfach alles ein bisschen ruhiger nehmen. Ah, gut. Jetzt geht's gut. Hä? Das ist nur eine ... Das ist perfekt hier mit Form. Das ist ein ganz schöner. Ja. Dieser ist ganz schön. Ja. Den geben wir Mama. Qualität. Ja. Qualität. Jawohl. Es ist kurz vor Weihnachten. Tesfu, bringst du mir einen roten Schneemann? Nein, Tesfu, komm, bring einen roten Schneemann mit Mütze raus. Robi, bring einen grünen Schneemann. So. So. Jetzt könnt ihr auf die Hinterseite die zwei tun. Und dann kommen die anderen zwei, die noch hier drin sind, auf die Vorderseite. Aber ... Möchtest du mit singen? Ja, ja, genau. Robi, kannst du singen, oder? Ja. Ist gut? Okay. Ich hab Bier. Ja. Ja, ich hab gleichzeitig mit situationen ges. Die ist blasiert. Ich hab naeh p merging das andere mit den berg. Das ist so harmony- eigentlich. Sie sind ganz schön. Auch wirklich verbunden sind. Der ist sehr gesund. Das war vielleicht ganz schön. Der ist aber sehr wichtig. Der ist viel vor nombre. Den kann ich cross- die Ölbäu dann gehen. Nimmst du das Rotkraut? Ja. Ich habe für dich Bohnen gemacht. Komm, nimm das mit. Aber abpassen, es ist heiss. Ja, ist gut. Jawohl. Das ist das Fleisch für euch. Emi hat Salem gehütet. MeraVit war im Deutschkurs. Sie schläft jetzt. Lass sie. Komm, iss jetzt. Komm, iss jetzt. Siehst du, äh, äh, Salem, gefällt sie ja. Nur einmal. Nein, nein, sie war schon mal. Einmal 10 Uhr, so. Dann hat sie ein bisschen ... Und dann habe ich ihr Tee gegeben. Dann habe ich sie so schön. Hast du noch Salam? Ja, danke. Ja, danke. Ihr müsst es mal ein bisschen probieren. Mit Tee geben auch. Ja, Flüssigkeit. In der Mitte gerade. Also, ich möchte jetzt trinken und essen. Man muss warten, bis fünf bis sechs Monate. Nein, mit drei Monaten. Mit drei Monaten kann es ... Jetzt ist es besser. Aber es ist nur von der Muttermilch besser. Ja, ja. Bei euch schon. Wenn sie genug Milch hat, ist es gut. Aber sie muss dann auch lernen, zu essen. Appetito. Z.B. Bananen mit Äppeln. Und, Erik? Jetzt? Mit drei Monaten. Z.B. Bananen mit Äppeln. Z.B. Bananen mit Äppeln. Das ist z.B. Bananen mit Äppeln. Wir sprechen das vom Donnerstag mit Äppeln. Z.B. Mäsa. Ja. Z.B. Mäsa. Was? Z.B. Mäsa. Z.B. Mäsa. Ein Tars! Guten Appetit. Danke. Langsam, so scheint es, ist Mera Vitoch in der Schweiz und bei Ramsas angekommen. Sie wurde etwas älter. Sie ist jetzt Mutter. Sie hat jetzt die Verantwortung. Und sie hat jetzt Freude an ihrem Kind. Sie sagt mir auch immer schön freundlich. Sie rät sie mit der Hand. Ja, es geht gut. Was sie einfach Mühe hat, ist mit dem Deutsch. Da kommt sie jetzt eben nicht so vom Fleck. Deshalb sollte man etwas mehr Deutsch reden mit ihr. Wenn sie alleine ist, dann spricht niemand mit ihr. St. Galler kann er nicht ziehen lassen. Er geht halt wie jedes Wochenende auf und kann sie einfach einen Tag lang oder am Samstag geht oder am Freitagabend schon und kommt erst am Sonntagabend wieder nach Hause. Ich denke, er hat jetzt einfach gedacht, er hat sich ein bisschen mehr hier zu Hause. Aber St. Galler gehört. Und die Kirche gehört einfach zu ihnen. Praktisch jedes Wochenende ist Tesfou mit den Leuten von der Kirchgemeinde unterwegs. Kein Wunder interessiert er sich für Emmys grosse Krippe. Ciao, Tesfou. Ich habe mich einfach gefreut, diese Figuren zu machen. Irgendwann habe ich sie mal ganz klein gemacht. Dann ist sie immer grösser geworden. So gross ist sie jetzt sicher schon zehn Jahre alt. Und das stelle ich einfach jedes Jahr wieder auf. Aber das ist so unsere Weihnachten, das gehört jetzt einfach dazu. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht, welcher, wie es heisst. Die musst du zu denen machen. Das ist eine Zige? Ja. Nein, Schafe sind das kleine. Ah, Schafe ist die auch? Ja. Dann mach sie zu den Schafen, ja. Nein, mach sie zu den Schafen, ja. Das ist auch noch eine Zige. Also, das ist das Gleiche. Nicht ganz so, aber ... Zuhause ist eine kleine Baum mit Lichter. Ich bin hier. Ich bin hier. Nein, nein. Ja, ich bin hier. Ciao. Kurz vor Neujahr. Grosse Aufregung bei Tesfou zu Hause. Töchterchen Salem wird getauft. In Eritrea ist das ein grosses Fest. Aus der ganzen Schweiz sind eritreische Landsleute angereist. 1, 2, 1. 2, 3, 2, 1. Ist der Fest? Das ist ein bisschen. Zeig dir jetzt den Abendgeld aus. Alle sind auf uns. Ja, der hat sich da etwas aufgeladen. Auch der eritreische Pfarrer aus St. Gallen ist extra für die Zeremonie nach Müllheim gekommen. Alles Wollend見 Ich bin der Name. Mein Name, mein Name. Mein Kind ist settling mit dem Herzen von Opel. Ich bin der Mann, die Gemeinde glow. Die Ingelegenheit war eine sehr gute Idee. Ein Zeiger und die Verkünder und die Verkünder und die Verkünder zu sein. Musik Für Markus ist diese Taufe einer der wenigen Einblicke in Tesfus' Welt. Es ging recht lange, und bei uns geht es einfach immer so schnell vorbei. Das war so eindrücklich. Das hat mich berührt, ja. Eindrücklich, ja. Weil sie miteinander gönnt. Aber es ist ja nicht alles Verwandtschaft. Das hat es ihnen, was ich gehört habe. Aber ich weiss nicht, wie sie sich organisieren. Alle Autonummern der ganzen Schweiz stehen hier vorne im Parkplatz. Das Fest haben v.a. Okwa und Emi vorbereitet. Hast du fertig gekocht? Ja. Und ich habe Hunger. Ja, ja. Dankbar sind v.a. seine Schwester. Die ganz liebste Gäste kam zu mir. Ihr seid mich natürlich recht stolz gemacht. Ich habe gesagt, Papa und du und Mama. Ihr seid Papa und Mama des Tesfus. Ja. Sie estimiert das auch jetzt. Sie hat sich wieder bedankt. Nein, sie ist ganz wirklich lieb. Sie estimiert sehr. Für sie ist es selbstverständlich. Von dieser kann ich, glaube ich, nicht ein Danken erwarten. Ich bin jetzt hier. Aber ist es scharf? Nein, nicht scharf. Nein, nicht scharf. Nicht scharf. Dann ist es gut. Aber das ist auch scharf? Nein, das ist kein scharf. Aber die und die sind ein bisschen stärker. Ah, nein. Scharf. Scharf. Nicht scharf. Ja. Ein bisschen von dieser. Hunde? Ja. Ein bisschen so. So. Alles gut. Kaum ist die Taufe vorbei, taucht wieder ein neues Problem auf. Mehrerwitz muss Ausreisepapiere aus Eritrea einreichen. Solche hat sie aber nicht. Ramsas kommen aus dem Papierkrieg nicht heraus. Nein, nein. Das ist ein Seil. Das fehlt immer am Willen. Bei der einen. Ja, man macht es, aber es ist Zeit. Ja, es ist Zeit wirklich. Es ärgert einen immer wieder. Ja. Ja. Es ist ... Weil die Behörden ... Es summiert sich. Es summiert sich. Ich meine, die Behörden haben schliesslich den Lohn dort. Und wir machen das einfach so. Es ist unsere Zeit, die wir da wirklich von uns her gehen, um ihnen zu helfen. Ja. Darum macht es einem eigentlich auch etwas ärgerlich, wenn die Behörden einfach das und das sagen können, das und das. Wenn sie eigentlich im Prinzip fast wissen, es ist unmöglich. Es ist ein bisschen schwierig. Oder ... Auch mit der Ausbildung von Tesfo hat Markus alle Hände voll zu tun. Die praktische Abschlussprüfung ist in gut drei Monaten. Wenn sich Tesfo nicht anstrengt, reicht es wohl nicht. Jetzt ein bisschen streng, aber ... Jetzt viele Hausgaben oder ... Wir haben viel in der Schule. Weil die letzte ... Schule ist bis zum Juli schon fertig. Aber jetzt schnell, schnell machen. Mal, mal. Ja? Schon weg. 23. Nein, nein. Weißt du, der da. Der da ist noch nicht weg. Ist immer noch nicht weg. Also, musst du diese weg machen. Der da ist immer noch nicht weg. Mal, mal. Mal, mal. Ja. Aufpassen. Gering, oder? Ja. Das muss man noch an der Prüfung. Das sind die einfachsten. Das macht grosse Sprünge jetzt. Ich bin zuversichtlich. Was dann eben vielleicht nicht gerade in der Schule, im fachlichen Teil, oder? Dort kann es sein, dass er dort schon ein bisschen Mühe bekommt. Aber im praktischen Teil habe ich keine Angst. Hier sind Stunden angegeben. Nach wie vielen Stunden musst du das machen? Das 21. Bei wie vielen Stunden? 200. Eigentlich 200 Stunden. Wenn du 200 Stunden gefahren bist, musst du Ölwechsel machen und Filter wechseln. Mit dem Deutsch hapert es immer noch. Da. Er sollte eigentlich mehr in der Freizeit. Aber die Freizeit ist bei ihm eben ausgebucht. Dort müsste er eben mehr machen. Das ist ganz einfach. Weil es wirklich knapp werden könnte, hat die Schule einen Nachhilfelehrer zur Verfügung gestellt. Tesfo hat vor allem Probleme, sich verständlich auszudrücken. Er muss einen Vortrag vorbereiten. Also ich möchte auch vor allem, dass du den Vortrag hältst. Ja. Und kannst du das auch mir erzählen, wie du es Herrn Rohr erzählst? Aha. Ja. Der Betrieb wird seit 21 Jahren organisch, biologisch bewirtschaftet. Die Ausstrahlung. Laufstrahl, Merkstrahl, Zeit bei Zeit, Funke, Trittmicht, Boxen. Ja. Ich habe es verstanden. Ja, ja. Hast du es auch verstanden? Ja. Du wirst am Montag den Vortrag auch so halten. Also du hast dein Notizblatt. Ein bisschen müssen die Frauen auch eben machen. Ja. Aber man kann nicht immer so lesen, oder? Ja, ja. Also du machst das gut? Ja. Ich finde, du machst das gut. Doch, du guckst auf das Blatt und dann guckst du wieder zu mir an. Ja. Ja, jetzt habe ich eben mit dem Klasselehrer geredet, oder mit dem Herr Rohr auch. Er ist, glaube ich, schon unter einem vorderlichen Schnitt, oder unter einem Vieren. Ja. Genau. Emy hat erneut einen Anlauf genommen, Meravit ein bisschen Schweizer Kultur zu vermitteln. Meravit, was denkst du, wie viele Kartoffeln brauchen wir uns? Eins, zwei, drei. 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 Und dann kommt gleich. Und dann kommt gleich. Ich, ja. Wann gibst du Salah im Karo denn noch? Nein. Am Morgen? Nein, nein. Nachmittag. Es ist gut, ja. Ja. Nachher, wenn dann zwei Wochen so da ist so Drei noch Äpfel, Banane geben, Dann kannst du so um 12 Uhr, um 1 Uhr Gemüse geben. Und um 4, 5 Uhr kannst du Banane und etwas geben. Sie hast einen Monat, einen 5. Monat? Nein, du kannst schon jetzt in zwei Wochen. Mir geht es v.a. um die Kleine, dass sie ... Ja, dass sie da so etwas, deutsch gesagt, wenn die Schweizer aufwachsen ist, oder nicht hier. Ich meine, die würden jetzt einfach stillen und stillen. Ich hätte fast zu allen Wolken ausgegeben, als ich schon lange gesagt habe, dass man mit drei Monaten mal essen kann. Aber bei uns ist es halt etwas anders. Das finde ich schon wichtig für sie, dass sie das so lehrt. Dann mache ich das. Ja, warte mal. So. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Mh. Mh, das ist einfach gut. Schau mal. Schau mal. Das kann man schon sagen. Schneiden. Hm? Ich mache so, weisst du? Kohle schneiden. Und hier stecken. Es ist März. Tesfow ist durch ein Integrationsprojekt des Bauernverbandes auf den Hof von Markus gekommen. Nun will Vizedirektor Urs Schneider sehen, wie es läuft. Schöne Kronen. Ja. Nur halb die Tasten anschneiden. Er hat jetzt ein bisschen das Problem, wenn er die schönen ... Ja. Sieht, oder? Sieht, oder? Sieht, oder? Man muss es einfach gut zeigen. Jawohl. Schnell eine Theorie machen mit ihnen. Und dann noch arbeiten. Dann läuft das. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass du auch die richtige Person hast. Jemand, der willig ist, etwas zu lernen. Und auch eine gewisse Bereitschaft zu arbeiten. Ich denke, das spielt auch grosse Rolle, oder? Es spielt sicher eine Rolle, aber man muss ihnen einfach die Freude geben. Also, die Möglichkeit muss man ihnen geben. Ja. Aber du bist natürlich auch ein bisschen Spezialfahler. Ja, Spezialfahler. Wenn du nicht mehr Leidenschaft und auch mit Überzeugung und Männlichkeit auch machst, dann funktioniert das auch nicht gleich. Das ist vielleicht schon manchmal auch das Handicap, das wir haben. Jetzt gehen wir rein. Leiden? Nein, nein. Lass ihn machen und wir nachher weiter. Ja, gut. Von den 30, die wir in diesem Pilotprojekt hatten, gab es sieben Abbrüche, weil die gegenseitigen Erwartungen einfach nicht erfüllt werden konnten. Eine Erkenntnis ist sicher, es wird nie eine Masse geben, die das machen kann. Wenn man denkt, dass sich das vielleicht ausdehnt, und dann vielleicht ein Teil der Arbeitskräfte, die bisher aus dem Mosten gekommen sind, vielleicht ersetzt werden können, das wird nicht so sein. Und unsere Hoffnung ist eigentlich, oder die Erwartung ist, dass das, was man auf nationaler Ebene als Pilotprojekt abgewickelt hat, dann in den Kantonen aussen eine Fortsetzung findet. Dann sind wir natürlich wieder bei den Gemeinden und den Migrationsämtern, die gefordert sind, und dann auch wirklich sehr aktiv ein gutes Verhältnis zu schaffen. Ich würde einfach den Gemeinden das auflegen, dass sie für sie selber ein bisschen suchen gehen, schauen gehen. Aber das hat jetzt jede Gemeinde einen Haufen. Tespu, alles Gute nochmals. Danke vielmals. Gute Zeit, oder? Danke, Herr Herr. Gut. Machst du die Osterwitz? Dekoration? Ja, aber ich habe keine Vögel mehr. Die sind nicht mehr oben. Die haben schon vorgeflogen. Je mehr Emy wieder mit MeraVid zu tun hat, desto mehr realisiert sie, was die junge Frau stört. Am Dienstagmorgen hole ich MeraVid auf den Zug. Dann kommt der Tere. Dann sage ich, Tere, wo warst du? Ja, in Schaffhausen. Er sei jetzt gerade zurückgekommen. Er sagte, mir hätte er nichts gewusst, dass er nicht nach Hause kam. Er sagte, ja, das muss er halt ihr sagen. Jetzt ist sie schon ein bisschen wütend geworden. Dann mussten wir einfach sagen, das geht natürlich nicht. Ihr müsst miteinander reden, ihr müsst einander die Sache sagen. Für ihn ist das selbstverständlich. Es ist jahrelang so gelaufen und jetzt ist die Familie. Und die geht jetzt vor. Emy und Markus versuchen zu vermitteln. Doch bei Tesfu und MeraVid hängt der Haussägen ziemlich schief. Weisst du, ich muss die Zeige nehmen. Es gibt wieder mehr zu tun auf dem Hof. Die Ranten müssen gesäubert werden. Die Ranten müssen gesäubert werden. Die Ranten müssen gesäubert werden. Mehrer Witzproblem mit den Ausreisepapieren ist immer noch nicht gelöst. Tesfu hat eine neue Aufforderung bekommen, die Papiere einzureichen. Das ist das Papier. Du musst etwas machen. Sonst muss vielleicht dann die Frau wieder nach Eritrea zurück. Ja. Kein Problem. Aber das ist nicht gut. Und da muss Salem auch gehen. Weisst du? Das ist nicht so einfach. Du musst in Botschaft gehen. Es geht nicht anders. Und MeraVid muss mitkommen. Okay, probier mal. Ja, musst du. Nur häufig geht nach Botschaft. Aber ich gehen nicht. Ja, sie muss gehen, oder? Kein Problem mehr. Markus kann ausnahmsweise nicht helfen. Das ist gut. Diese Angelegenheit müsste Tesfu regeln. Aber der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig. Die Prüfungen stehen an. Und die Ehekrise mit MeraVid eskaliert. Am Tag vor Tesfos Abschlussprüfung verschwendet MeraVid spurlos. Es war alles ein bisschen Stress. Also Stress, Prüfungsstress. Äh ... Ja, er hatte vielleicht etwas weniger Zeit. Also weniger Zeit für sie. Und ... Am Abend war die MeraVid einfach nicht mehr rum. Er sagte dann, sie sei mit dem Kinderwagen laufen gehen. Um 7.30 Uhr war sie immer noch nicht rum. Dann traut er dieser Sache nicht mehr so. Dann sagte ich, sie kann nicht anders zu der Schwester gehen. MeraVids Schwester lebt in Zug. Mit viel Überredungskunst gelingt es Markus, sie zurückzuholen. Doch was die Gründe für ihr Verschwinden waren, weiss Markus nicht. Er reint nicht gern drüber. Er tut sofort. Man versucht, er wegzuweichen. MeraVid ist zwar wieder da und scheint doch abwesend. Ihr Mann Tesfu ist überfordert. Gefangen zwischen den Ansprüchen der neuen Heimat und den Gepflogenheiten Eritreas. Ich finde, es ist keine Liebe. Ja, das fehlt ein wenig. Aber ich weiss auch nicht, wie sie in ihrem Land lieben. Was das für Zustände dort sind. Also von uns aus gesehen, ganz klar, fehlt etwas, oder? Man fragt sich, warum Tesfu MeraVid überhaupt in die Schweiz geholt hat. Danke. So. Wieder versucht Markus zu vermitteln. Ich bin müde. Ja, ich schlafe. Schlafe? Ja. Hast du es gut? Du, du. Gut. Ja, ich schlafe. Um MeraVid bei Laune zu halten, hat er ihr sogar einen Hofladen eingerichtet. Hast du ein Geschirr? Muss ich noch ein Körbchen holen. Wäre besser, oder? Die anderen sind schöner. Aber die Eheleute gehen sich aus dem Weg, wann immer es geht. Ah, ich schlafe. Ja, ich schlafe. Ein paar Wochen später. Auf diesen Tag hat Markus lange und unermüdlich hingearbeitet. Hallo. Trotz aller privaten Turbulenzen hat Tesfu die Abschlussprüfung geschafft. Ja, ich habe Angst gehabt, ja. Weil ... Ich habe am Schluss schriftlich ein bisschen was zu reden, weißt du? Ich habe ein bisschen Angst, ja. Wenn ich die Briebe habe, dann ist es meine Frau. Ja, natürlich wollte ich das Ziel erreichen mit ihm, oder? Er hat mir auch dafür gedankt, dass er ihm so viel geholfen hat. Das hat mich schon immer gefreut, ja. Es kommt doch wieder etwas zurück und vielleicht auch auf einem anderen Weg. Es muss nicht direkt von ihm sein. Es kommt immer wieder ... Irgendetwas kommt einfach wieder zurück. Es ist ein grosser Tag für dich, oder? Oh, ja, ja. Nachher dort sitzen, oder? Nachher was machen? Na, warten. Warten? Warten, bis ... ... heisst, Tesfu Adhanom muss nach vorne gehen. Ja. Der Anlass ist festlich und traditionell schweizerisch. 80 Bauernlehrlinge schliessen dieses Jahr in der Ostschweiz die dreijährige Lehre ab. Drei haben mit Tesfu zusammen die zweijährige Attestlehre gemacht. Tesfu geniesst es, Teil davon zu sein. ... Applaus Ich möchte Sie jetzt zu diesen vier, schätzte Absolventinnen und Absolventen, ganz herzlich hier begrüssen. Ich möchte die vier Absolventen jetzt hier drüber bitten. Applaus Insgesamt sind vier Kandidaten abgetreten. Das haben alle vier bestanden. Auf dem Lehrbetrieb von Markus Ramsrin-Illhardt hat Tess von Adhanom die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Applaus Alles Gute. Applaus Ich möchte die 76 erfolgreichen Kandidaten jetzt nach vorne bitten, ebenfalls hier auf die Bühne. ... Ah, ja, hink. Das ist eine 4,2 cm. Das ist ein Durchschnitt. Das ist ein Durchschnitt. Trotz einer zweieinhalb in der theoretischen Prüfung, im praktischen Teil hat Tesfuo alles wettgemacht. Ich bin zufrieden. Man ist erleichtert. Hast du etwas gekriegt? Ja, ich habe etwas probiert. Ich war immer überzeugt von Anfang an. Wir haben immer gesagt, wir brauchen zwei Jahre. Wir haben Zeit. Und es ist aufgegangen. Das Papier ist so viel wert für ihn. Er ist sich das nicht bewusst. Würde er es wieder machen? Ich würde es immer machen. Ich bin immer für Leute, die mich verlangen. Und ich würde nur sagen, es sollen die anderen auch probieren. Und es glückt sicher anderen auch. Aber es braucht Geduld. Und vor allem viel Aufbauarbeit mit denen. Ja, es geht ein wenig das Menschliche rein. Hallo, Ami. Ami und Markus laden zum Essen ein. Ami und Markus laden zum Essen ein. Auch Ami ist erleichtert. Sehr froh so gar, ja, wohl. Grosse Stein vom Herzen. Ja, Markus hat sich einfach Zeit genommen. Und das musste er. Und ohne, wer das nicht gegangen will. Die Initiative von ihm war nicht immer so riesig. Würdest du ihn auch machen? Ich persönlich nicht. Nein. Ja. Weil einfach ... ... all die Umstände, die damit verbunden sind, mit seiner Frau und all dem, wo er auch keine Unterstützung hat ... Das ist eine leidige Sache. Und wir haben jetzt einfach viel investiert. Einfach wegen des Tessfus. Ich meine, wir haben den Tessfus gegeben. Und wir haben ihn jetzt drei Jahre bei uns. Ich meine, für uns war das schön heute, oder? Aber ja, er gehört jetzt einfach zu unserer Familie. Und darum schauen wir ja auch, wie wir führen. Und suchen für ihn das Beste zu wollen. Aber wenn sie nicht will, dann sollen sie gehen. Heute ist kein Tag zum Grübeln. Alle freuen sich über Tessfus Erfolg. Vier Monate später. Tessfu arbeitet nach wie vor auf dem Hof. Aber seine private Situation hat sich grundlegend verändert. Ein paar Wochen nach seiner erfolgreichen Abschlussprüfung ist MeraVit gegangen und hat Töchterchen Saleh mitgenommen. Niemand weiss, was genau geschehen ist. Nun müssen sich die Behörden mit dem gescheiterten Familiennachzug befassen. Du willst nichts sagen? Ich will. Markus, kannst du sagen, wie die Situation jetzt ist? Was kannst du sagen? Es gibt auch nicht viel zu sagen. Markus hat alles versucht und konnte es doch nicht richten. Und Tessfu steht zwischen zwei Kulturen und versteht die Welt nicht mehr. Ob er seine Tochter wiedersehen darf, ist völlig offen. Wieder hilft Markus, wo er kann. Und wieder ist Tessfu froh darum. Alle kulturellen Differenzen zum Trotz. Markus ist und bleibt wie ein Vater für ihn. Das kulturellen Differenzen zum Trotzhaus. Wie gibt es? Untertitelung des ZDF, 2020